Hallo und willkommen zurück bei Knights of the Old Republic, wo wir letztes Mal eine Sith-Basis unterwandert haben. Mit unterwandert meine ich natürlich, wir sind reingegangen, haben die Rezeption rausgeekelt und haben dann alles erschossen, was uns über den Weg gelaufen ist. Und jetzt müssen wir nur noch ein paar kleine Aufgaben erfüllen, glaube ich. Und dann sind wir auch fast schon mit dem Planeten durch, bzw. können uns daran machen, den Planeten zu verlassen. Wir haben noch ein paar Kopfkörner, die wir abgeben können und wir können noch das Todesduell mit Bendak Starkiller machen. Das wäre doch mal eine gute Idee, ich glaube, das machen wir jetzt nächstes Mal. Ich glaube, wir kommen am schnellsten dahin, wenn wir uns zu unserem Versteck zurückbeamen. Ja, hier gibt es schon Beam, das ist Star Wars, da gibt es auf jeden Fall Beam-Technologie. Und von hier aus dann in Richtung der Taverne laufen. Der Kantiner, wollte ich sagen, nicht Taverne. Wir sind ja hier nicht in irgendeinem mittelalterlichen Spiel, sondern Zukunft, da ist das Kantiner und nicht Taverne. Ja, gut. Da kommt es jetzt gleich zum Todesduell, ich bin ja mal gespannt, wie ich mich da anstellen werde. Wir haben ja schon mitgekriegt, dass viele Leute mitbekommen haben, dass es dieses Duell gibt, dass die Karten davon wahrscheinlich schon längst ausverkauft sind und bei Ebay für Millionenbeträge verkauft wurden. Und dass jetzt der Hütte, der die ganzen Kämpfe organisiert, ist wahrscheinlich schon ein reicher Mann. Aber schauen wir mal, wenn wir von dem Preis gehen müssen, dass wir es abkriegen, dann ist das ja nicht zu unserem Schaden. Will ich mal meinen. Deswegen gehen wir da jetzt mal hin. So. Ajua, alte Hütte. Wie geht's? So. Zum Kampf. Ich glaube, der Kampf wird ziemlich hart gegen den Typen. Deswegen werde ich mal so ein paar von meinen Enhancern zu mir nehmen. Die verbessern für eine ganze Weile lang meine Statuswert, das ist zum Beispiel hier meine Geschicklichkeit. Stärke brauche ich glaube ich nicht, Verfassung, warum nicht? Kampfstimulanz, ja klar, warum nicht? So. Das Energieschild mache ich auch schon mal an. Und dann speichere ich nochmal eine Runde. Ach, Quatsch. Da sieht's ja schnell, sparen wir so und dann reden wir mit Ajun. Und dann reden wir mit Ajun. Okay. Vielen Dank! Ich bin glücklich, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass ich nicht so gut schrauben kann. Jo, mach, mach was. Ja, laber nicht so viel. Ladies and gentlemen, come with me now on a journey to the savage days of years gone by to a time when two combatants entered the arena and only one came out alive. They're illegal, they're banned. They've been outlawed for nearly ten years, but we've got one for you tonight. A good old-fashioned deathmatch! In this corner, a living legend, a man whose very name would make his opponents shake in their boots if any of them were still alive! Ha 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 ha! Out of retirement for one last battle, Bandic Starkiller! And who would be crazy enough to step into the ring with such a lethal legend? Who would be mad enough to face almost certain death merely for your enjoyment? Ladies and gentlemen, feast your wondering eyes on the mysterious stranger! And now, the moment we've all been waiting for. Let the deathmatch begin! Let the deathmatch begin! ... 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 Er hat nicht getroffen. Er hat getroffen. So, jetzt mach ihn fertig, Nietz. Ach, nicht daneben schießen, Nietz. Komm, treffen. Ja, einmal noch. Komm, du schaffst es. Ach, du bist so ein Vollidiot. Bendak ist runter. Es ist vorbei, es ist vorbei. Die Kampf ist vorbei. Bendak Starkiller ist runter. Bendak Starkiller ist elf. Oh hell, der mysteriöse Stranger. Der größte Duelist, der noch gegräßt, die Räume von Teres. Bendak Starkiller. Der größte Duelist, der noch gegräßt, die Räume von Teres. Oh hell, der noch gegräßt. Oh hell, der noch gegräßt. Der größte Duelist, der noch gegräßt. Tschumbol lah. Wattagratug. Tschímull lah. Jikalis. Bindek. Jikalis. Babgoki. Tau es. Mahna. Mahna. Ison. Ja. Hakkonong. Nösela. Yununase. Ich bin mit einem Nachtsend, mit dem ich nicht verletzen kann. Ich bin mit einem Klapp-Böder, Schmutz, und ich bin mit einem Klapp-Böder. Ich bin mit einem Klapp-Böder, ich bin mit einem Klapp-Böder. können. Wenn wir in die Unterstadtkantina gehen und da unsere Kopfgelder einsammeln und und was haben wir noch? Wir mussten glaube ich noch das Rakulserum haben, glaube ich auch noch. Könnten das Rakulserum natürlich auch hier in die, auch hier zu dem Arzt bringen, aber wir wollten ja das für Geld, wir wollten ja dafür sorgen, dass das bei den Leuten ankommt, die sich das leisten können und nicht bei irgendwelchen dahergelaufenen Leuten, die irgendwo wohnen, auf der Straße zum Beispiel. Deswegen müssen wir das natürlich zum Untergrund, zur Unterstadtkantina bringen. Gut. Und dann verdienen wir nebenbei auch natürlich noch ein bisschen Geld. Ich meine, das ist ja, das muss ja so. Ich meine, sonst, wir müssen ja auch unsere Ausgaben, die wir dabei hatten, das war ja nicht so einfach, dass wir beschaffen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Geld dafür. So, da vorne sind nur noch diese komischen Alien-Hasser. Ich hoffe, die fangen jetzt nicht an zu labern, wenn ich hier lang gehe. Ich möchte die mich nicht hören. Dann habe ich immer das Gefühl, als möchte ich meinen Blaster benutzen, um jemanden zu erschießen. Ich weiß gar nicht, woher. Aber ich glaube, ich muss jetzt mit dem reden. Letztes Mal, wo wir hier runtergegangen sind, und waren wir eine Sith-Wache verkleidet. Ich muss mir meine Papiere zeigen. Hier ist meine Genehmigung, bitte. Ja, da habe ich auch von gehört. Ich war da ja noch nicht um. Ich bin jetzt das erste Mal hier unten. Ich habe hier eigentlich noch irgendein Kopfgeld vergessen und nicht eingetrieben. Lago. Oh. Ja, der kann seine Schulden nicht bezahlen. Ich weiß nicht, ob uns das interessiert. Wir haben wichtigere Sachen zu tun, als irgendwelchen Leuten eine Message zu geben, die ihre Schulden nicht bezahlt haben. Das können die anderen Kopfgeldjäger auch mal machen. Hier, ich wollte jetzt nicht noch wieder nach oben gehen und den Typen suchen. Ich glaube, wir hatten auch schon Geld von dem Typen abgesagt. Das war, glaube ich, so. Ja, ich muss mich aber eben noch kurz um ein paar Dinge kümmern. Ich bin noch mal sofort wieder hier. Ja, da stimme ich dir durchaus zu, Canderous. Was ich eben noch sagen wollte, dieser Largo, den haben wir, glaube ich, mal in einem Apartment angetroffen. Der hielt uns für einen Kopfgeldjäger und hat uns deswegen Geld gegeben. Jetzt können wir natürlich nochmal den Wiederaufsuchen, ihn umbringen und sein Kopfgeld wirklich einstreichen, aber ich glaube, wir lassen es einfach. So, Sex, wir haben noch ein paar solche Sachen hier für dich. Ja, ich will nicht mit Tratschen, kein Problem. Ich habe mir das Raku-Serum und Gurney meinte, ich sollte mal mit dir drüber schnacken, was wir damit machen. Ich habe mir das Raku-Serum und Gurney meinte, ich muss mich nicht mit Tratschen, was wir damit machen. Ich habe mir das Raku-Serum und Gurney meinte, ich muss mich nicht mit Tratschen, was wir damit machen. Ja, ich... 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 100... also 1000 Credits ist mir aber nicht so richtig genug. Ich bin eher dafür, dass das 1500 Credits wert wäre. ...ist ein Raku-Serum und Gurney meinte, ich muss mich nicht mit Tratschen, werf denn was ich nicht mit Tratschen, was ich nicht mit Tratschen gerne vernehmen sollte. Ja, ich weiß, dass du überall Augen und Um hast. Ich hab, äh, Bendak Starkiller in einem epischen Kampf in der Arena besiegt. Ja, ich weiß, dass es viel Kopfgeld hier gibt, und die machen nicht viel. Ich würd gern noch ein weiteres Kopfgeld eintreiben. Ja, aber die war so schwer zu finden. Ja, ich weiß, dass es viel Kopfgeld hier in der Arena besiegt wird. Ja, ich weiß, dass es viel Kopfgeld hier in der Arena besiegt wird, und ich weiß, dass es viel Kopfgeld hier in der Arena besiegt wird. Ja, ich weiß, dass es viel Kopfgeld hier in der Arena besiegt wird. Wo wir grad bei Sachen, äh, bei schönen Sachen sind. Äh, wir haben ja eben noch eine schöne Pistole von Bendak gekriegt. Die ist zur Zeit zwar nicht besser als unsere schwere Arkanische Pistole, aber die ist aufrüstbar. Das heißt, ich kann jetzt nochmal zurück zum Versteck gehen zu kurz. Und dann kann ich hier mal Karp, weil wir den sowieso nicht mehr immer mitnehmen jetzt, ein paar von seinen Ersatzteilen abnehmen für seinen Blaster und die dann stattdessen in meinen einbauen. Ich hab hier die beiden in der Mitte, nehm ich mal eben hier die beiden weg und baue alles bei mir ein. Jetzt macht das Ding auch tatsächlich 5-10 Schaden und ist damit ne ganze Ecke besser als das, was wir vorher hatten. Und es hat noch Angriffsboni und so'n Spaß. Ist doch gut. Das ist doch sehr schön. So, wir können nochmal vergleichen hier mit der schweren Arkanischen Pistole. Die macht 2-9 und das macht 5-10 plus 11 gegen plus 9, ja. Klar, warum nicht? Neh mich, neh mich. So, ich glaub mit Karp und Bastia können wir bestimmt noch reden, wenn wir von diesem grottigen Planeten runtergekommen sind. Deswegen wäre ich einfach mal dafür, dass wir jetzt hier zurückreisen und jetzt mal den Plan von Canderous durchführen. Schauen wir mal, ob wir dem Typen vertrauen können. Bisher hatten wir ja nicht besonders viele vertrauenswürdige Typen. Kopfgeldjäger, ja, von mir aus. So, Canderous, alte Hütte. Lass uns mal da weggehen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hatten wir schon drüber geredet? Gut, tun wir uns zusammen, aber, äh, wie kommen wir denn in Davics Anwesender rein? Tavik? Tavik's always looking to recruit new talent. Ich erzähle ihm, wie du won das Swoop Race gewonnen hast. Mentione, dass du interessiert in arbeiten für die Exchange. Ich sage, ich bringe dich in, so er kann dich ausprobieren. Er wird dich in seinem Estate für ein paar Tage, während er ein paar Background-checks auf dich. Das ist Standard Procedure. Das ist zu risk. Wir sollten einen anderen Weg finden. Du hast einen anderen Plan, sister? Oder bist du nur objectiert, weil du nicht gedacht hast? Nein, ich habe einen anderen Plan nicht. Ich würde lieber nicht meine Leben in deine Hand, however. Ich kann das gleiche über dich sagen. Das macht uns einfach. Glücklich wollen wir beide von diesem Rock weg, oder? Während Davics dich ausfügt, haben wir den Ebonhawk weggehebten, Taurus. Komm, ich habe eine Flugzeuge nahe, um uns zu Davics Estate zu nehmen. Je schneller wir von Taurus, desto besser. Der Weltraum über Tag ist, unendliche Weiten, und ein Schiff fliegt umher. Wem gehört dieses Schiff? Was passiert auf diesem Schiff gerade? Das war doch eine sehr aufschlussreiche Cutscene. Was passiert auf dem Kopf? Es geht weiter. Das war's. Das war's. Das war's, Admiral. Ja, Lord Mandate. Das war's. 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 Ja, das ist ein sehr faszinierendes Angebot, David. Das war's. 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 Was. Das war's. 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 Ich hab's. Das war's. Und wenn das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Ähm. Ich freue mich schon sehr darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja. Ich will stay in these rooms as my guest for the next few days. I will not accept no for an answer. Feel free to visit the slave quarters at any time during your stay. I must warn you that if you are found anywhere outside the guest wing during your stay, or if you bother my other guests, my security forces will deal with you most harshly. I will return after the investigation into your background is complete. Until then, make yourself comfortable. Come, Callow. Let us leave our guests in peace. Okay, we're inside. Now all we have to do is figure out a way to get past the Ebon Hawk Security System and we can get the rest of your group off this planet. No sense waiting around here though. The sooner we get off Taurus, the better. The sooner we have to do is have a great way to work on it. My ability is a good source, however, I can't use it too far. Strange. heilen ist glaube ich gar nicht schlecht aber sprengstoff finde ich auch gut man kriegst nur ein punkt pro stufe du bist echt eine trottelige dumme graupe kender ist das mal so sagen darf tut mir leid dass ich das sage aber du lernst so hat schon hier mit schweren waffen hat er schon gute ausbildung gemacht dabei sind schwere waffen eigentlich schlechter als zwei blasterpistolen zu tragen das ist ein bisschen das problem mit kender ist wenn ich mich richtig erinnere dass er schon so extrem ausgerüstet ausgebildet ist für schwere waffen aber schwere waffen nicht besonders gut sind eigentlich ich werde aber glaube ich trotzdem mal die ist dabei belassen und die nicht versuchen auf blasterpistolen umzuskillen ja deswegen mache ich mal was anderes nämlich zum beispiel verbessert schneller schuss wäre glaube ich interessant implantate nutzen wäre vielleicht auch nicht schlecht für den herrn ja ich glaube ich werde ihnen werde ihnen nicht jetzt versuchen umzuskillen das dauert auch zu ewig so sprengstoff implantate bitte so hat er jetzt schon seinen repetierblaster der aufrüstbar ist ja ich habe im moment keine sachen dafür um das weiter aufzurüsten von daher muss er damit leben wie sieht es denn mit deinen leitungswürfen aus alter tapferkeit gut reflexe ist okay will stärke ist schlecht aber da ist jetzt schon drei reflex dann kriegst du mal das reflex ein energieschild gibt es natürlich auch für dich umsonst und auch gern noch ein zweites von mir aus so was ist immer noch bereit und ready to moschen glaube ich könnte jetzt mal wieder die handschuhe zurückgeben die brauchst du ja als tank unserer gruppe ja sowieso eher will ich mal meinen kriegt sie zumindest hier immer hier wieder ein energieschild und dann kann sie hier bergix armband wiederkriegen gut aber weiter mit unserem plan was wir hier bei davic anrichten und wie wir hier rauskommen geht es dann in der nächsten folge wo wir dann hoffentlich von taris endlich entfleuchen können ich freue mich schon darauf und ihr hoffentlich auch und man sieht sich beim nächsten mal bis dann tschüss